Wie haben wir diese kleinen Ösen hier genannt? Weißt du es noch? Lampenhaken, glaube ich. Genau. Und jetzt ist meine Frage, schaffen wir es, diese Ösen auszureißen? 50 kmh, Runde 2. Coach würde sagen, wir machen es gut. 83, 84, 85 und jetzt! Jetzt! Auch hier, die Werte nicht wirklich anders. Man, ey, bin ich enttäuscht! Ich bin von diesen kleinen Lampenhaken nicht überzeugt. Die haben sich hier schon rausgebogen durch das Spann mit dem Spanngurt und ich möchte noch irgendein Szenario finden, wo ich der Meinung bin, hey, das reißt raus. Musik 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 Musik